Hallo zusammen, ich bin Mauro und ich lehre Zimmermann. Und ich bin Trina, lehre Zimmerin und zeige euch heute, was wir den ganzen Tag so machen. Beim Prof Zimmermann hast du immer Abwechslung und siehst am Abend, was du gemacht hast. Dadurch wird es dir nie langweilig. Ein sehr grosser Vorteil an deinem Profi ist, dass die handwerklichen Fachkräfte sehr gesucht sind und dadurch hat man auch nach der Lehre gute Weiterbildungsmöglichkeiten und findet auch gute Stille. Für einen Prof Zimmermann sollte man gut sein im Rechnen und gerne werchen. Dazu sollte das Wetter einem keine grosse Rolle spielen, weil man viel von draussen ist. Es macht mich stolz, wenn ich am Abend nach Hause gehen kann und sehe, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Ich empfehle die Ausbildung als Zimmermann oder Zimmermann. Es ist ein schöner Beruf, es ist die Tradition damit verbunden. Man ist draussen und man kann das Arbeiten noch geniessen. Das Arbeitsklima ist gut, wir haben es lustig. Es können auch alle anpacken und das ist bei uns auch wichtig, weil in unserem Beruf die Fähigkeit zu haben ist. Du möchtest auch du gerne mit Holz arbeiten und am Abend sehen, was du gemacht hast? Dann schnau als Zimmerin oder Zimmermann und schaue selber, ob es dir gefällt. onto Musik Musik Mhm